Starke Industrie, immenses Zukunftspotenzial und beste Lage direkt am Ufer des Rhein. Das ist Duisburg, Europas internationale Logistikdrehscheibe in der Metropolregion Ruhr. Hervorragend angebunden liegt Duisburg inmitten eines dichten Autobahnnetzes, das in alle Himmelsrichtungen führt. Mit eigenen Auffahrten zur A3, A40, A42 und A59 sind Autofahrer hier so gut vernetzt wie kaum anderswo in Deutschland. Düsseldorf, Essen, Oberhausen, Krefeld und Müllheim an der Ruhr sind ab Duisburg in wenigen Minuten erreichbar. Und auch auf dem Wasser herrscht Regerverkehr. Duisburg liegt am größten Binnenhafen der Welt. 2021 wurden hier 45 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Rund 250 Firmen sitzen an den Hafenbecken und stellen mit über 36.000 Mitarbeitern ganze 11% der Arbeitsplätze in Duisburg sicher. Dazu kommt ein Bahnhof mit ICE-Halt, die Rheinschiene, die von Duisburg bis Bonn reicht und eine über 12.000 Kilometer lange Schienenverbindung zwischen Duisburg und China. Die sogenannte Neue Seilenstraße. Die Industrie boomt dank der günstigen geografischen Lage, den optimalen Standortbedingungen und dem umfangreichen Logistik-Know-how. Namenhafte Traditionsunternehmen wie die Thüssenkrupp Stahl AG und die Hüttenwerke Krupp Mannesmann prägen das Gesicht der Stadt und lassen Europas Stahlherz in Duisburg schlagen. Besonders attraktiv ist der Standort außerdem für Immobilieninvestoren. Steigende Mietpreise und niedrige Kaufpreise sorgen für ausgezeichnete Renditen. Zudem profitiert Duisburg enorm von den internationalen Investments im Ruhrgebiet. Allein die EU hat bereits 1,87 Milliarden Euro investiert. Die gesamte Region beweist ihr Potenzial und entwickelt sich stetig weiter. Weg von Kohlenpott und Tagebau hin zu Greentech und Innovation. In der Metropole Ruhr gehören rauchende Schlote der Vergangenheit an. Zukunftsweisende Unternehmen aus Branchen wie IT und neue Mobilität siedeln sich hier an. 22 Hochschulen machen das Ruhrgebiet zur dichtesten Hochschullandschaft in ganz Europa. Der Pot wird immer smarter. Und das macht sich bemerkbar. Innovative Ansätze und Investitionen schaffen Platz für Ideen, Visionen und moderne Lebensentwürfe. Unzählige Grünflächen und die abwechslungsreichen Ufer von Rhein und Ruhr bieten wunderschönen Naherholungsraum und Ausgleich zur urbanen Industrieromantik. Direkt am Wasser liegt übrigens auch unser Objekt. In der A-Straße, unweit der Helios Rheinklinik Duisburg, wohnt man idyllisch und ruhig am Rheinufer. Bis bald in Duisburg, dem smarten Investitionsstandort in der Metropole Ruhr. Investiere in Deins mit der DFK-Gruppe.